Ich möchte mich natürlich ganz herzlich bei meiner gesamten Bergbauernfamilie da draußen bedanken. Die erste Bergbauern-Tour war einfach nur gewaltig. Wir haben so viele schöne Sachen erlebt, ich kann gar nicht sagen, was das Highlight war. Das Highlight seid einfach ihr und natürlich auch meine Band und meine ganze Crew, die tagtäglich immer wieder alles gegeben haben, damit ich da befreit auf die Bühne gehen kann und für euch alles geben kann. Also an dieser Stelle ein großes, großes Kompliment. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, GO! Kompliment an dir und dass du nie vergisst, was dich ausmacht, wo du herkommst, wie unglaublich du bist. Was ein Herz als Gold wert ist und dass du stark für ein Berg bist. Ich werde dir nur ein bisschen so wie du ein Kompliment an dir. Ein Kompliment an dir. Error. PYPALEN Vielen Dank.